Welche Farben bevorzugen Sie die Tüter, Rot oder Grün? Rot ist für die Deutschschweizer und Grün ist für die Mälscher. Ich bin zwei für die Zweussprachung. Rot und Grün gefällt mir besser. Gefällt mir sehr gut, aber Rot ist trotzdem meine Lieblingsfarbe. Ich bin stolz, weil die BA Vereinigt Stadt und Land alle Kreise im Kanton Bern. Es ist auch ein guter Zusängenschild. Ich bin am liebsten in diesen Hallen und in diesen Ausstellungen, wo lebende Tiere, die vielfältigen Tiere, schöne Tiere, wahnsinnig schöne Tiere, die Bauern geben sich Mühe. Kühe, die dort ausgestellt sind, könnte man meinen, die kommen gleich aus der Wäschküche. Die sind so blitzblank sauber. Herr Stöckli, wie seriös ist die Arbeit? Ja, schau doch mal. Ich wusste gar nicht, dass sie so seriös aussieht. Denn ich bin immer noch ein Russer. Ich bin nur noch ein Russert. Ich bin niemand bist, aber ich bin immer noch ein Russert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017